Nachdenkseiten Die kritische Website Lex Wagenknecht Die Öffentlich-Rechtlichen sperren das BSW aus Von Jens Berger Wer sich gestern im ZDF die Debatten-Sendung Wie geht's Deutschland angeschaut hat, hat sicher nicht schlecht gestaut. Eingeladen waren Vertreter der sieben im Bundestag vertretenen Parteien. Sieben? Es sind doch aber seit der Gründung des BSW acht Parteien im Bundestag vertreten. Warum kein Vertreter des BSW? Das ist eine gute Frage, auf die auch das ZDF keine überzeugende Antwort hat. Die Öffentlich-Rechtlichen haben vielmehr klammheimlich die Regeln geändert, um das BSW nicht nur aus dieser, sondern wohl auch aus allen anderen politischen Debatten-Sendungen herauszuhalten. Gerade für die Bundestagswahlen ist dies eine massive Behinderung, die sich zielgenau gegen das BSW richtet. Dass man damit der AfD hilft, scheint den Verantwortlichen egal zu sein. Bitte machen Sie Druck auf die Sender, um dieses unfaire Verhalten zu stoppen. Bislang galt die Regel, dass zu solchen Sendungen die Vertreter aller im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen werden. Nun ist das BSW mit zehn Abgeordneten im Bundestag vertreten und bildet dort, wenn auch keine Fraktion, so doch eine Gruppe. Das Gleiche gilt übrigens für die Linkspartei, die auch nur als Gruppe im Bundestag sitzt. Warum lädt man also die Linkspartei, nicht aber das BSW ein? Die Erklärung der Öffentlich-Rechtlichen lässt aufhorchen. Man habe die Regeln kurzerhand geändert und lade nun nur die Parteien ein, die in den Bundestag gewählt wurden. Diese Formulierung ist eine klare Lex-Wagenknecht, die sich ausdrücklich und allein gegen das BSW richtet, da Abgeordnete keiner anderen Partei zwar als Gruppe im Bundestag vertreten sind, aber über die Listen einer anderen Partei gewählt wurden. Man will also das BSW draußen halten. So weit sind die Öffentlich-Rechtlichen nicht einmal bei der AfD gegangen. Aber es kommt noch schlimmer. Auf Nachfrage erklären die Verantwortlichen, dass sie das jetzt immer so handhaben wollen. Das hieße, sämtliche Debatten im Vorfeld der Europa und vor allem der Bundestagswahlen im Herbst 2025 und sämtliche sonstige Formate, die wie beispielsweise das Sommerinterview bislang Vertreter aller im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen haben, würden künftig unter Ausschluss des BSW stattfinden. Das ist eine gezielte einseitige Benachteiligung einer Partei, die immerhin nicht nur im Bundestag sitzt, sondern laut Umfragen auch sehr wahrscheinlich in den kommenden Bundestag einziehen wird. Die Sektkorken dürften ob dieser fragwürdigen Regel neue Definitionen vor allem bei der AfD knallen, gilt das BSW doch im Lager der Unzufriedenen als großer Konkurrent der AfD. Es ist schon im höchsten Maße scheinheilig. Während auch und gerade die Öffentlich-Rechtlichen die Umfrageerfolge der AfD als große Bedrohung für die Demokratie bezeichnen, tun sie gleichzeitig mit dem Ausschluss des BSW alles in ihrer Macht Stehende, um der AfD zu mehr Stimmen zu verhelfen. Wehren Sie sich. Lassen Sie sich das nicht gefallen. Wenn das ZDF mit seinem BSW-Boykott klaglos durchkommt, werden auch die ARD-Sender, mit denen diese Regelung wohl abgesprochen sein dürfte, die Regel neue Definition übernehmen und damit dem BSW und der Demokratie massiv schaden. Setzen Sie Protestschreiben auf, schreiben Sie den Sender an, nutzen Sie die Foren, beschweren Sie sich telefonisch, machen Sie Ihre Bekannten und Freunde auf dieses Recht aufmerksam. Noch ist es nicht zu spät. Die Unioni ist Europawahl. Und folgerichtig beginnen jetzt bei ARD und ZDF die Vorwahlsendungen. Das sind diese inspirierenden Diskussionen, wo normalerweise jede im Bundestag vertretene Partei einen Politiker entsendet und die diskutieren dann miteinander über Gott und die Welt. Und genau so eine Sendung kann man sich heute Abend zum Beispiel im ZDF ansehen. Ja, da sind Sie alle eingeladen. Sieben im Bundestag vertretene Parteien von der Linken bis zur AfD. Kleiner Haken nur, es gibt mittlerweile im Bundestag acht Parteien. Und das BSW wurde mal eben vergessen, nee, nicht vergessen, ganz bewusst nicht eingeladen. Denn auf Nachfrage haben die Sender erklärt, nein, nein, also das Bündnis Saarwagen-Nicht wird auch in den folgenden Wahlsendungen nicht dabei sein. Ja, offenbar ist die Angst der etablierten Parteien vor uns mittlerweile so groß, dass ihnen selbst eine starke AfD immer noch lieber ist, als ein weiteres Erstarken des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Woran das wohl liegt? Vielleicht daran, dass sie ziemlich genau wissen, dass wir uns nicht durch Extremismus ins Abseits stellen und damit eine echte Chance haben, die Machtverhältnisse in diesem Land zu verändern. Und da will man mal eben alle Steine in den Weg legen, die man in den Weg legen kann. Ich bin mir sicher, dass die Wählerinnen und Wähler sich davon nicht verunsichern lassen. Aber trotzdem, es ist eine bodenlose Frechheit, uns einfach draußen zu lassen. Und wir werden das nicht hinnehmen. Und ich bitte euch alle, protestiert lautstark dagegen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit.